Hallo Fender! Hi! Kann ich die bei dir anbringen? Willkommen! Wofür kann ich dich begannen? Tune! Nee, erstmal für gar nichts. Ich möchte meinen Koffer... Äh... Zeit! Kann ich denn meinen Koffer... Oder kann ich das am Speicherpunkt machen? Mal probieren. Koffer anpassen. Ja, perfekt. Perfekt. Talismane. In der Mitte. Sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei Talismane. Erstmal möchte ich was verkaufen. Erstmal das elegante Schachbrett. Den Götzen. Die Halskette. Verkaufen. Danke. Was hat er denn sonst noch? Um größeren Koffer 36.000. Ja, 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 ja. Meine Waren sind in einem Topf. Der ist ziemlich groß. Ja, das weiß ich, dass der ziemlich groß ist. So viel ist sicher. Magazin, Nachlade, Feuerwarte. Für den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah, da geht die Volleiter ab. Ist das nicht wahr? Könnte man auch sagen. Angriffskraft. Die kostet zu viel Magazingröße machen wir. Probier mal, ob's passt. Ja, wird schon passen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. So, auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ja, ja. So, das bin ich vielleicht. Wäre das dann alles? Ja. Komm jederzeit wieder. Und jetzt speichere ich nochmal ab. Nur zur Sicherheit. Und jetzt müssen wir uns... Na, falsch, das... Erstmal was herstellen, so. MP-Munition. Und, äh... Gewehr-Munition. Und dann nochmal MP-Munition. Das war's mit dem Herstellen. Und dann wird erstmal alles durchgeladen, was geht. Sehr schön. Bleiben wir aber erstmal bei uns am Bolzen. Was ist das überhaupt hier? Was können wir da machen? Nichts. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ja, ins Auge. Ne, hier kommen wir her. Wo geht's hier in den Nebenraum? Ich weiß nicht, ob ich hier hin möchte. Sala de... Äh... Audienzsaal. Gott, dieses Schloss ist so riesig. Ne, ich will mich erst umgucken. Sieh mal, die Statue da oben. Die Statue ist mir gerade vorkommen. Egal, vielleicht gibt's hier was zum Looten. Lass mich looten, Frau. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Nämlich looten. Ja, die Statue. Da fehlt was. Da fehlen uns drei Köpfhülle. Wieso ist das so leise? Ich muss schon wissen, wenn hier Action passiert. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Schießpulver, sehr schön. Och, wieso muss das denn alles aufgehen? Ich möchte nicht, dass es aufgeht. Oh, können wir auch nochmal aufmachen. Schießpulver, ja, können wir immer gut gebrauchen. Flinten, sehr schön. Wo ist denn meine Flinte? Da ist meine Flinte. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun. Ach nee, wir wollten ja erstmal bei Bolzen bleiben. Piseten. Oh no, 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 no. Ach, komm her. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Ich hab da eher ein ganz anderes Problem. Ich hab nämlich das Gefühl, dass die sich mit einmal bewegen werden. Das Spiel speichert doch jetzt nicht ohne Grund. Muss ich? Ich will nicht hier sein. Aber anscheinend... Oh, ich muss da runterspringen und dann bricht die Hölle auf Erden los. Ach komm, wir leben nur alt. Warte da oben, okay? Alles klar, sei vorsichtig! Ich hau hier erstmal alles zu... Klump. Und lade alles durch. Ist durchgeladen. Sehr schön. Weil ich wette, unsere Ritterchen, die werden gleich ganz, ganz, ganz aktiv. Lia, die Rüstung! Kommt schon, das ist doch nicht euer Ernst! Simu, sie hat angehalten! Ich glaub, sie mögen das Laternfeuer nicht! Ja. Da könntest du recht haben. Oh, ich bin blind. Autschi! Hey! Lass mich in Ruhe! Ashley ist gut! Halt dich lieber fern! Oh, ich bin gleich tot, wenn er so weitergeht! Nein, Option! Meine Güte! Na, danke! Los in Ruhe! Los in Ruhe! Hallo! Hallo? Hallo? Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg! Ich hab gesagt, ich muss hier weg! Leon! Alter, du bist ne Flitzpiepe bist du! Ja, Lee. Leon! Leon! Flitzpiepe ist das! Blaues Licht ausgesetzt. Da unten ist es zu dunkel, ich seh nix! Okay, dann wissen wir hier aber schon mal Bescheid. Das heißt, hier geh ich weg. Äh, Pistolenmunition. Ne, erstmal brauchen wir uns ne schöne Kräutermische. Die Ritter sind eklig. Das heißt, ich geh ja doch erstmal in die andere Richtung. Müssen wir später dann nochmal probieren. Diese Bilder. Da ist verschlossen. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Ich fürchte, sie haben uns! Donut! Ah, scheiße! Mein Kopf! Ja, lad doch nach! Wo denn? Ja, dann ziel doch! Stör mich nicht beim Zielen! Das sagt man aber nicht. Das sagt man aber nicht beim Zielen! So. Wow! Wo kam das denn jetzt her? Alter, was ist denn hier mit einmal los? Und damit sind wir wieder zurück. Ja, bei Resident Evil 4 Remarke. Und jetzt gehe ich hier entlang. Ja, neuer Tag. Na, wir gehen erst mal doch lieber da. Nochmal zu. Ja, 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 ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wo was hier nochmal war. Okay, hier waren nicht die Ritter. Die Ritter der Schwafelrundee. Wir probieren es. Kann ich den nicht schon von hier beseitigen? Bleib hinter mir. Geht doch! Ah! Dann haben wir einen schon mal weg. Von den bösen Bubis. Da haben wir den nächsten. Hätten wir das vielleicht auch. Nein, das ging nicht. Okay. Schade. Schade. Halt nur schon mal gucken. Ach, meine Fräse. Verdammt, was ist los? Oh, komm her! Halt nur schon mal. Ne, wieso da ist doch keiner. Aber auf welchen Ball kommen? Was? Florian, auf der anderen Seite! Welche andere Seite? Ah! Ach, meine Güter! Ach, meine Güter! Bade ich, helfe dir! Ouchie! Ohohohohohoho! Ohohohoho! Ohohohohoho! Ohoho! So. Uiuiuiui. Oh, shit. Ist nicht gut. Autschi! Oh! Kommt der denn jetzt weg? Geht's ihr gut? Noch mehr? Verdammt, was ist los? Get over here! Ich laufe einfach. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg! Hab ich überhaupt noch ihr... Das war's. Ja, ich bitte um Sorry, aber ging halt nicht anders. Also, das war's. Vielen Dank.